Um den Notbetrieb zu aktivieren, drücken und halten Sie die gestrichelte Taste im Drehknopf der Smart Control Regelung so lange gedrückt, bis das Expertenpasswort abgefragt wird. Lassen Sie die Taste los, sobald die Abfrage zum Expertenpasswort im Display angezeigt wird. Um in die Expertenebene zu gelangen, gehen Sie bitte folgendermaßen vor. Drücken Sie einmal rechts unten am Display auf die Weiter-Taste. Der Cursor aus dem linken Feld in der Anzeige springt in das nächste Feld. Drehen Sie mit dem Drehrad der Smart Control Regelung nach rechts, bis die Zahl 3 im zweiten Feld neben dem Expertenpasswort erscheint. Wenn Sie die Zahl 3 im Display sehen, drücken Sie die Taste Weiter, rechts unten im Display, erneut. Der Cursor springt jetzt ein Feld weiter nach rechts. Drehen Sie nach rechts mit dem Drehrad der Smart Control Regelung, bis die Zahl 2 neben dem Expertenpasswort erscheint. Das komplette Passwort 0321 steht jetzt neben dem Wort Expertenpasswort. Nach erfolgter Eingabe des Passworts drücken Sie bitte die OK-Taste unten rechts im Display. Im Display wird jetzt oben links das Wort Experte angezeigt. Die Expertenebene ist jetzt freigegeben. Drehen Sie jetzt den Drehregler einmal nach rechts, bis dort das Symbol Einstellungen steht. Wenn das Wort Einstellungen in der Mitte des Displays steht, drücken Sie die OK-Taste im Display unten rechts. Die Ebene Einstellungen ist jetzt freigegeben. Das Wort Grundeinstellungen steht in der Mitte des Displays. Drücken Sie einmal die Taste OK unten rechts. Im Display steht jetzt Sprache-Zeit. Drehen Sie am Drehrad des Reglers nach rechts, bis Sie das Wort Systemkonfiguration in der Mitte des Displays sehen. Drücken Sie einmal die Taste OK unten rechts. Im Display steht jetzt Wärmepumpe aktiviert. Für den manuellen Betrieb und Freigabe des Remco SmartSurf Notheizstabs muss die Wärmepumpe hier deaktiviert werden. Um die Wärmepumpe zu deaktivieren, drücken Sie unten rechts die Taste Ändern. Der Parameter Wärmepumpe ist jetzt blau hinterlegt. Drehen Sie am Drehrad des Reglers einmal nach rechts und das Wort Deaktiviert erscheint. Drücken Sie jetzt die Taste OK unten rechts einmal. Die Wärmepumpe ist jetzt deaktiviert und befindet sich im Notbetrieb. Die SmartSurf Zusatzheizung ist aktiviert. Die Parameter und die Betriebsarten der Wärmepumpe sind nach wie vor aktiv und regeln das gesamte System. Bitte kontrollieren Sie gegebenenfalls die Stromversorgung bzw. die Sicherung des Heizstabes in der Unterverteilung, damit diese ordnungsgemäß vom System eingeschaltet werden kann. Nach mehrfachem Drücken der Zurück-Taste kommen Sie wieder in die Grundanzeige mit dem Haus-Symbol. Um den manuellen Betrieb oder auch den Notheizbetrieb über den Regler der Remco Wärmepumpe zu starten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor. Die Aktivierung des Notheizbetriebs über den Touchregler ist nur in der Expertenebene möglich. Um dorthin zu gelangen, berühren Sie bitte oben rechts das Remco Logo. Die Expertenebene wurde nun aufgerufen und Sie müssen zur Aktivierung dieser Ebene ein Passwort eingeben. Drücken Sie dazu bitte die Weiter-Taste und der Cursor der Null springt eine Null weiter nach rechts. Über die Plus- oder Minus-Taste im unteren Bereich des Displays fügen Sie bitte jetzt die Zahl 3 anstatt der Null ein. Nach erfolgter Einstellung der Zahl 3 drücken Sie bitte die Weiter-Taste und wählen Sie für die nächste Null über die Plus- oder Minus-Taste die Zahl 2 aus. Diesen Schritt wiederholen Sie erneut über Weiter und fügen Sie für die letzte Null die Zahl 1 ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe anschließend mit der OK-Taste. Die Expertenebene ist nun freigegeben. Sie sehen dies an der oberen Überschrift Übersicht in Klammern Experte. Um in den manuellen Modus zu gelangen, drücken Sie in der Expertenebene unten auf den Menüpunkt Einstellungen. Sie gelangen nun in die Einstellungsebene, die unter anderem den Menüpunkt Grundeinstellungen beinhaltet. In den Grundeinstellungen finden Sie die Parameter, die für den Notheiz- bzw. Notbetrieb erforderlich sind. Drücken Sie jetzt auf den Menüpunkt Grundeinstellungen. In den Grundeinstellungen finden Sie als letzten Parameter die Systemkonfiguration, die Sie mit einem Tassendruck betätigen. Unter der Systemkonfiguration drücken Sie bitte auf den Parameter Wärmepumpe, der auf Aktiviert steht. Der Parameter für die Wärmepumpe ist nun für die Änderung freigegeben und grün hinterlegt. Über die Plus- oder Minustaste im unteren Bereich des Touch-Displays setzen Sie nun die Wärmepumpe auf den Wert Deaktiviert. Bitte bestätigen Sie anschließend Ihre Eingabe mit der OK-Taste. Die Ebene springt nun wieder in die Grundkonfiguration zurück. Sie lesen unter dem Punkt Wärmepumpe den Parameter Deaktiviert. Somit ist die Wärmepumpe für sich abgeschaltet und der zweite Wärmeerzeuger, sprich die Zusatzheizung bzw. ein folgender Wärmeerzeuger, für den Heizbetrieb des Gebäudes aktiviert worden. Um wieder zurück in die Übersichtsebene zu gelangen, drücken Sie unten links im Touch-Display auf das Haus, unter dem Übersicht steht. Die Übersicht der Experten-Ebene ist nun wieder freigegeben. Um wieder zurück in den Benutzermodus zu gelangen, drücken Sie bitte dafür oben rechts auf das Remco-Logo. Sie bedienen das Gerät somit wieder im normalen Modus. Die Aktivierung des Notheizbetriebs ist über die Experten-Ebene möglich. Um dorthin zu gelangen, tippen Sie bitte am unteren Bildschirmrand auf das kleine Zahnrad. Berühren Sie bitte im Anschluss oben rechts das Remco-Logo. Die Experten-Ebene wurde nun aufgerufen und Sie müssen zur Aktivierung dieser Ebene ein Passwort eingeben. Drücken Sie dazu bitte die Weiter-Taste und der Cursor der 0 springt eine 0 weiter nach rechts. Über die Plus- oder Minus-Taste im unteren Bereich des Displays fügen Sie bitte jetzt die Zahl 3 anstatt der 0 ein. Nach erfolgter Einstellung der Zahl 3 drücken Sie bitte die Weiter-Taste und wählen Sie für die nächste 0 über die Plus- oder Minus-Taste die Zahl 2 aus. Diesen Schritt wiederholen Sie erneut über Weiter und fügen Sie für die letzte 0 die Zahl 1 ein. Die Experten-Ebene ist nun freigegeben. Sie sehen dies an dem kleinen Wort Experte oben rechts unter dem Remco-Logo. Drücken Sie bitte nun auf das kleine Zahnrad unten am Bildschirmrand, um in das Einstellungsmenü zu gelangen. Tippen Sie bitte anschließend auf den Menüpunkt Grundeinstellungen. Daraufhin berühren Sie bitte den Menüpunkt Systemkonfiguration. Hier können Sie nun über die erste Einstellungsoption den Notheizbetrieb aktivieren bzw. deaktivieren. Über die Plus- oder Minus-Taste im unteren Bereich des Touch-Displays setzen Sie nun den Notheizbetrieb auf den Wert Aktiviert. Somit ist die Wärmepumpe für sich abgeschaltet und der zweite Wärmeerzeuger, sprich die Zusatzheizung bzw. ein folgender Wärmeerzeuger für den Heizbetrieb aktiviert worden. Über das Haus-Symbol unten links am Bildschirmrand gelangen Sie zurück zum Hauptbildschirm. Hier wird nun ein rotes Symbol angezeigt, das den aktivierten Notheizbetrieb darstellt. Auf dem Hauptbildschirm werden seit der 4.28 Software-Version Widgets eingesetzt, die den Schnellzugriff auf verschiedene Funktionen, zum Beispiel den Notheizbetrieb, ermöglichen. Sollte sich das Notheizbetrieb-Widget noch nicht auf Ihrem Hauptbildschirm befinden, tippen Sie bitte am unteren Bildschirmrand auf das kleine Zahnrad, um in die Einstellungen zu gelangen. Berühren Sie anschließend bitte den Menüpunkt Grundeinstellungen. Dort tippen Sie bitte auf Display. Über den Menüpunkt Home-Parameters haben Sie nun die Möglichkeit bis zu 6 Widgets für den Hauptbildschirm auszuwählen. Wählen Sie beispielsweise das Widget 4, um die gewünschte Funktion zu ändern. Über die Pfeiltasten tippen Sie bitte so lange, bis der Menüpunkt Notheizbetrieb erscheint. Mit der Pfeiltaste nach rechts bestätigen Sie im Anschluss Ihre Auswahl. Das gewünschte Widget 4 auf dem Home-Screen wurde nun für den Schnellzugriff auf den Notheizbetrieb umgestellt. Tippen Sie nun auf das Haus-Symbol am unteren Bildschirmrand, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren. Hier sehen Sie das eingestellte Widget, über das Sie schnell und einfach mit einem einzigen tippen den Notheizbetrieb ein- und wieder ausschalten können. like verabschied dull idée ä lively